Willkommen zu den Vivi News. Alien wird auf Vivi die ersten NFTs droppen. Was das sein wird, das schauen wir uns ganz genau an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic Drop an und schauen uns auch die Drop Details an. Ist das Ganze wert, das wirklich mitzunehmen? Und ich habe auf jeden Fall die nächste Streaming-Kollegung für dich da draußen. Das sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi Ujimi, den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen würde ich sagen, wenn dir mein Kanal gefällt, dann abonniere den auf jeden Fall und aktiviere die Glocke. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Ja, Alien-Fans aufgepasst. Auf Vivi wird es nämlich den ersten Alien-NFT-Drop geben. Und das nämlich schon relativ bald. Und zwar nämlich am Mittwoch, dem 26. April um 21 Uhr deutscher Zeit mit vier Carbon Neutral Digital Collectibles. Witzigerweise haben sie es jetzt auch hier dazu geschrieben. Ist tatsächlich auch sehr neu. Also das Ganze wird hier insgesamt mit vier Postern, wie gesagt, stattfinden. Das Ganze im Blindbox-Format. Und wir sehen hier an dieser Stelle auch schon das erste Poster. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich persönlich bin da aber leider überhaupt nicht drin in dem Space. Aber ich habe die Reaktionen gesehen und die sind sehr, sehr positiv. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es hier wirklich auch nur der Anfang ist von Alien und dass wir hier noch deutlich mehr sehen können. Seien es Poster, aber natürlich auch die Collectibles für die Leute, die auf jeden Fall daran auch Interesse haben. Denn ich habe gesehen, viele finden das Poster zwar schön, hätten aber gerne Collectibles. Ich denke mal, ich kann euch aber beruhigen und sagen, hey, da werden auf jeden Fall auch noch Collectibles kommen. Und es ist alles nur eine Frage der Zeit an dieser Stelle. Und das nächste Thema ist der nächste Comic-Drop. Und zwar nämlich hier an dieser Stelle Silver Surfer Hashtag 44. Und das Ganze wird auch am Mittwoch droppen, aber um 17 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, ihr merkt schon, wir haben am Mittwoch einmal den Comic-Drop und einmal den Alien-Poster-Drop. Und das Ganze wird hier mit der First Appearance auf der Infinity Gauntlet. Und wir sehen hier auf jeden Fall insgesamt wieder wirklich sehr, sehr spannende Poster. Die Rare, wie auch die Ultra Rare, sehen hier sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und ich persönlich werde mir das auf jeden Fall, wenn möglich, auf dem Secondary Market nochmal kaufen. Denn wahrscheinlich werden die Preise nicht allzu hoch sein. Wenn wir uns nämlich hier mal die Details auf Go Collect anschauen, Ja, dann sehen wir hier eine 9.8 gerade mal für 350 Euro bzw. Dollar ist halt einfach nicht allzu viel, muss man ganz klar sagen. Und hier auch bei den unteren Varianten bekommt man ein gegradetes Comic doch schon relativ günstig. Außerdem steht der nächste Livestreamer an und zwar nämlich am Donnerstag um 20.30 Uhr. Und zwar nämlich der vierte Collector Talk. Und ich bin unfassbar happy, dass wir hier tatsächlich jetzt schon die vierte Folge bzw. den vierten Livestream machen. Zusammen mit Chris Vibri Reisende und auch Enrico Beiles, Comic-Experten. Und auch schon langjährige Collector. Und wir werden auf jeden Fall hier uns einen netten Abend machen. Und wenn du dabei bist, wird es bestimmt auch noch sehr viel schöner. Deswegen komm sehr gerne am Donnerstag um 20.30 Uhr mit dazu. Außerdem hier nochmal ein wichtiger Hinweis für alle Leute, die bis jetzt noch nicht ihre Accounts gemerged haben bzw. noch keine nicht-KWR-Seaten-Accounts mit ihren KWR-Seaten-Accounts verbunden haben. Macht das unbedingt, denn es ist nur noch bis zum 30. April Zeit. Auch wenn ihr Freunde habt, sagt das denen unbedingt, denn ja, das Ganze wie gesagt bis erstmal nur zum 30. April und es ist noch nicht absehbar, wann das Ganze nochmal kommt. Vielleicht auch dann für KWR-Seaten-Accounts. Deswegen macht das auf jeden Fall jetzt unbedingt. Außerdem nochmal ein ganz kurzer Hinweis zum Vivi-Deutschland-Treffen. Das Ganze ist nämlich ja schon am 6. Mai. Das heißt nur noch ein paar wenige Tage hier bis dorthin. Und das Ganze ist in Dortmund. Das heißt, kommst du aus Dortmund oder auch aus der Nähe, komm sehr gerne vorbei. Wir werden uns hier am Samstag erstmal auf der Comic-Con treffen. Danach am Abend habe ich ein Restaurant reserviert für uns als Community, wo wir dann auf jeden Fall auch genug Platz haben. Und am Ende wird es auf jeden Fall noch, ja, der Abend selbst gestaltet werden können. Das heißt, vielleicht gehen wir noch in eine Bar, irgendwas anderes machen. Wir schauen einfach, was sich dann an dieser Stelle ergibt. Du kannst natürlich auch sehr gerne kommen. Falls du in die Gruppe kommen möchtest, dann schau auf jeden Fall unten in der Kommentarleiste. Dort habe ich eine Gruppe angepinnt aus Telegram. Dort wirst du dann weitere Informationen bekommen, beziehungsweise auch konkrete Zeiten und dich austauschen können mit allen Leuten, die dort auch kommen werden. Und an dieser Stelle war es das auch schon wieder mit den gesamten Vivi-News. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.